Machen wir wieder Klamauk oder ist es normal oder? Ein klein wenig ist ja immer in Ordnung. Wir dürfen das nur nicht übertreiben. So, wir dürfen einfach... Denk dran, denk an den Gefangenen. Was sollen die Leute denken? Ja! So, dann sag mal. Oft werde ich gefragt, Nils, was ist eigentlich die beste Schaltung? Und wenn ich ehrlich bin, ganz pauschal, kann man das gar nicht beantworten. Aber ich habe hier in diesem Video ein paar Erfahrungsberichte von der Vario oder von der Enviolo Schaltung. Und das ist eine Schaltung ohne Gänge. Apropos Gänge, jetzt kommen wir hier mal ein bisschen in die Gänge. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. Ja, mein Name ist Nils Hogendorn. Und wir haben ein Fahrradgeschäft am Esch 2 in 26349 Jörderberg. Einmal kurz vorab. Und wenn du zu uns kommen möchtest, dann buchst du einfach unter www.hogendorn.de einen Termin zur Fahrradberatung. Denn die Fahrradberatung findet nur mit Termin statt. Suchst dir ein Wunschdatum, Wunschuhrzeit aus und dann geht das los. Aber jetzt wollen wir erstmal über die Schaltung sprechen. Und ich habe in den letzten Monaten verschiedene Räder gefahren oder Test gefahren oder bewegt. Wie auch immer. Und zwei davon sind mit Enviolo. Einmal habe ich das Tinker Vario aus dem Hause Riese und Müller gefahren. Da gibt es übrigens auch ein Video drüber auf diesem Kanal. Und dann habe ich das Riese und Müller Roadster Vario gefahren. Da gibt es auch ein Video auf diesem Kanal. Und eigentlich wollte ich das Rad ja auch schon längst verkauft haben. Aber irgendwie habe ich das Rad doch behalten, weil es mir so gut gefällt. Und um das Roadster geht es ja gar nicht. In diesem Video geht es einzig und allein um die Schaltung. Und in beiden Rädern war die Enviolo, stufenlose Nabenschaltung, verbaut. Und ich habe allein auf dem Roadster jetzt irgendwas um die 1500 Kilometer gefahren. Und somit kann ich da schon was drüber erzählen, was ich so damit erlebt habe mit dem Rad. Ich habe natürlich auch die ein oder andere Kundenerfahrung, weil wir haben auch viele Kunden, die mit der Enviolo Schaltung unterwegs sind. Und ja, die teile ich jetzt mit dir. Und womit fange ich überhaupt an? Also falls du das Enviolo System noch nicht kennst, erkläre ich es einmal kurz. Das ist eine stufenlose Nabenschaltung. Und im Hause Riese und Müller sprechen wir oft von einer Vario. Vielleicht kennst du eine Vario-Matik. Es ist ja je nachdem, wie schnell du trittst oder wie schnell du treten möchtest, kannst du hier deine Trittfrequenz bzw. deine Übersetzung wählen an einem Drehgriff. Und dieser Drehgriff, der ist wirklich stufenlos. Das heißt, wenn du einen Millimeter nur den Drehgriff drehst, dann ändert sich schon die Übersetzung. Und dieses Feinfühlige, das macht die Schaltung auch wirklich so angenehm. Weil du kennst ja vielleicht eine typische Achtgang oder eine Kettenschaltung. Und dort ist es ja meistens so, dass du verschiedene Gangstufen oder Gangsprünge hast. Und der eine oder andere, der kennt es bestimmt, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass du sagst so, der siebte Gang, der ist mir zu leicht, der achte ist mir ein Stückchen zu schwer. Ja, aber dazwischen, da hätte ich gerne was. Und dann kommt die Enviolo ins Spiel, weil die Enviolo, die, wie ich das gerade eben gesagt habe, die ist komplett variabel, über einen Drehgriff einstellbar. Und je nachdem, wie schnell du fährst oder wie schnell du treten möchtest, kannst du dort den Gang wählen. Im Vergleich zur Kettenschaltung kannst du bei der Enviolo sogar einen Stand schalten. Das heißt, wenn du wirklich mal an der Ampel stehst und du sagst, oh, ich habe vergessen runterzuschalten, kannst du einfach am Drehgriff drehen und schaltest in einen kleineren Gang, damit du angenehm wieder losfahren kannst. Genauso ist es aber auch während der Fahrt, wenn du wirklich mal mehrere Gänge überspringen möchtest, weil du extrem kräftig beschleunigt hast oder es geht gerade bergauf, dann kannst du einfach drehen und schon bist du in dem wirklich größten Gang. Also du hast auch bei der Enviolo eine wirklich große Gangbreite, was die Übersetzung überhaupt angeht. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Rad, also wenn wir schon über die Gangbreite sprechen, dann ist es so, du kannst mit der Enviolo-Schaltung wirklich ganz bequemen Deich hochfahren. Also du kannst wirklich einen sehr leichten Gang wählen, bei Gegenwind, bei Bergauf oder wie auch immer. Und wenn es bergab geht oder du Rückenwind hast oder du sagst, ich will heute richtig schnell mit dem Fahrrad fahren, schaltest du einfach in den höchsten Gang und auch da machst du tatsächlich keine Einschränkungen, auch im Vergleich zu einer Kettenschaltung oder einer Rohlauf zum Beispiel. Das zum Thema Schaltverhalten oder Fahrverhalten von der Enviolo-Nabenschaltung. Des Weiteren, was ich da ganz attraktiv finde, die Enviolo, die läuft in einem Ölbad. Das heißt, das ganze Getriebe läuft in einem Ölbad und du brauchst keinen Ölwechsel machen oder irgendwas anderes. Also es ist wirklich eine sehr, sehr wartungsarme Schaltung. Und meine Erfahrung ist da, also du siehst ja vielleicht auch, wenn man sich das Rad mal vom Nahen anschaut, ich habe das wirklich bei Wind und Wetter jetzt gefahren in den letzten Tagen und ich habe dem Rad nicht übermäßig viel Pflege gegeben. Also es sieht wirklich gebraucht aus. Und ich muss sagen, es ist wirklich wartungsarm. Und gerade in Kombination mit dem Gates-Carbon-Zahnriemen ist das ganze oder der gesamte Antriebsstrang wirklich extrem pflegeleicht. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was du mit dem Fahrrad machen möchtest. Und ich habe das Rad jetzt genutzt, so zum Pendeln, für meine riesige Arbeitsstrecke, die mal so gerade kein Kilometer ist, kann ich ja hier zu meiner Schande gestehen. Aber das heißt natürlich auch, ich habe relativ viele Schaltvorgänge vorgenommen, wenn man es so will. Also ich fahre zu Hause los und dann drehe ich erstmal in den größten Gang, damit ich schnell fahre. Dann muss ich einmal anhalten, eine Straße überqueren und dann schalte ich wieder hoch. Das heißt, die Schaltung wird schon ordentlich beansprucht, weil ich fahre ja auch mit dem CX-Motor dann in der höchsten Stufe. Also da kommt schon ein ordentliches Drehmoment immer auf die Nabe. Und die Nabe macht nach wie vor, sie fährt wie am ersten Tag. Also das mal ganz so nebenbei. Und ich habe ja gerade gesagt, es kommt darauf an, was du mit dem Rad machen möchtest. Also ich finde sie zum Pendeln, finde ich sie wirklich ideal, weil es ist wirklich, ja, jeder Gang ist möglich. Ich kann, je nach Tagesform kann ich den Gang bzw. die Übersetzung wählen. Aber ich bin damit jetzt auch die ein oder andere Fahrradtour gefahren, wo ich mal so längere Strecken, so, ja, ich fahre jetzt keine 100 Kilometer mit dem Rad. Aber wenn ich so 40 oder auch mal 50 gefahren bin, dann finde ich, geht das auf der Enviolo auch sehr, sehr gut oder mit der Enviolo sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch eine Erfahrung machen müssen, will keiner, passiert aber. Ich habe ein paar Mal vergessen, meinen Akku aufzuladen. Ich habe dann 500 Wattstunden Akku in dem Roadster. Und, ja, wenn ich das dann mal habe, dass das nur noch 6% anzeigt, so, Füllzustand 6%, dann denke ich so, okay, alles klar, muss ich wohl mal aufladen. Komm abends nach Hause, komm rein, ja, vergesse aufzuladen. Ja, anderem Morgen will ich losfahren, fahre so gerade vom Hof runter und denke so, oh nein, mein Akku ist leer. Und ich habe mich geladen, wie blöd. Ja, und dann fahre ich ohne Motor und gut, ist keine gigantische Strecke, aber auch da, ich kann schalten, auch wenn der Akku leer ist. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle, also Gangwechsel ist auf jeden Fall möglich und das Rad lässt sich auch treten. Klar, das geht etwas schwerer als beim normalen Rad, aber ich habe ja auch ein E-Bike, was ja eh schon ein höheres Gesamtgewicht hat im Vergleich zum normalen Fahrrad. Und das ist ja jetzt mal eine Erfahrung von einem Fahrradhändler. Also ich habe diese Räder gefahren, ich habe jetzt mehrere Räder mit Enviolo ausprobiert, was ich noch fast vergessen hätte. Auf diesem Kanal das allererste Video, das war ja auch ein Charger 3, das Charger 3 haben wir dann auch mal umgebaut. Das ist auch eine Enviolo verbaut gewesen, also da habe ich schon Enviolo gefahren, dann das Tinker und jetzt auch im Roadster. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, soll ich mir ein Enviolo kaufen, ja oder nein, oder findest du die gut? Und ich würde auf jeden Fall sagen, die Enviolo ist super. Was mich mittlerweile bei Enviolo auch echt glücklich macht, das ist, dass Enviolo mittlerweile auch Schulungen anbietet für Zweiradmechaniker, Mechatroniker und so weiter. Also nicht nur Produktvorstellungen, sondern auch Technikschulungen, wo die Mechaniker wirklich lernen, wie Schaltzüge ausgetauscht werden, fachmännisch und so weiter. Also so sämtliche Sachen oder die Umrüstung. Es gibt ja auch von der Enviolo eine Automatikversion. Das heißt, wenn du damit trittst und eine gewisse Trittfrequenz erreichst, dann schaltet die Schaltung automatisch. Dieser Erfahrungsbericht ist aber tatsächlich davon so, dass man sagt, alles klar, ich habe die mechanische Schaltung mit dem Drehgriff gefahren. Ganz wichtig an dieser Stelle. Falls du die Enviolo bis hierhin noch nicht kanntest, dann hoffe ich, dass ich deine Neugierde geweckt habe, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, ich muss mich auf jeden Fall mal auf ein Enviolo-Fahrrad setzen, weil es macht wirklich Spaß und es ist ein Fahrgefühl, wenn du es noch nicht kennst, du wirst begeistert sein, kann ich dir hier schon versprechen. Und wenn du sagst, alles klar, ich möchte ein neues Fahrrad kaufen bei dem aus dem Video, dann kannst du ganz einfach unter www.hogendorn.de einen Termin zur Fahrradberatung buchen und Wunschuhrzeit, Wunschdatum aussuchen. Dann kommst du zu uns, dann wirst du sogar ausgemessen. Und hinterher gehen wir ein paar Fragen durch, sodass du nachher wirklich ein Fahrrad bekommst mit der richtigen Schaltung und das perfekt zu deinen Körpermaßen passt, sodass du wirklich maximalen Fahrspaß genießen kannst, denn die Hogendorn-Fahrspaß-Garantie gehört zum Fahrradkauf immer mit dazu. Ja, gerne darfst du dieses Video auch teilen, lass einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal, damit du kein weiteres Video mehr verpasst und dann bis zum nächsten Video.